Oh nein, ich habe voll... Alter, wäre das übelste Hardcore-Fail gewesen. Ich habe das echt nicht auf dem Schirm gehabt. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich bin wieder da und natürlich ist meine Queen da. Auf Level 22, ich habe... Ne, ich zeige euch das später, auch wenn ich dann vielleicht irgendwie was nicht mehr zeigen kann. Egal, auf jeden Fall geht sie wieder übelst ab und ich mag das total. Also das Spiel würde irgendwie ohne die Queen nur halb so viel Spaß machen, finde ich. Also... Ah, auch okay. Gucken wir mal wirklich hier so. Es wurde ja, nein, nicht bemängelt, aber es wurde ja gesagt, warum hast du bei der Poké-Akte immer irgendwie 20 Bogeys genommen? Warum hast du nicht einfach einen King gedroppt und sowas? Ja, als ich mit meinem kleinen Account hochgegangen bin. Äh, verstehe ich vollkommen die Frage. Ging einfach darum, ich war im Boost und wollt euch da einfach nicht so viel Zeit reinhauen. Und mein King halt nicht für sowas verschwenden, wenn dann doch einer mal Teslas am Start hat. Darum ging es mir. So, also wie gesagt, Queen übelst wieder am Raisern. Und mittlerweile echt, also mittlerweile habe ich ja gar keinen Respekt mehr vor 10 an. Also Townhall 10, egal, äh, greife ich auch an. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben einen 13 Mauerbrecher, könnte... Knabe werden? Nö, sollte passen. Also, er... Ich sehe gerade hier, die sind im Boost, somit weiß ich 100%ig. Er ist halt eben vor kurzem online gewesen, logischerweise. Ganz klar. Äh, zack. Ganz easy, nicht zu viel gespammt. Ja, drin sind wir wunderfein, wunderfein. Hier muss natürlich noch ein bisschen was weg. Und dann hauen wir hier auch noch was weg. Dann, weil den Rest macht die Queen selber. Oh nein, oh, ich hab... Oh, voll... Alter, wäre das übelste Hardcore-Fail gewesen. Ich hab das echt nicht auf dem Schirm gehabt. Übel. Das war jetzt mal richtig krass. Habe ich gar nicht null mit gerechnet. So, zack. Dann hier noch ein bisschen was ragern. Ja, und dann sollte das passen. Dann sollte ich da schön reinlaufen. Und... Dann ist das cool. Und guckt bitte, wie gesagt, bitte immer auf die Elixierkosten achten. Wie viel verballert er denn? Wie viel macht er denn? Und so weiter und so fort. Und... Man muss halt wirklich auch am Ende dann nochmal gucken. Lohnt sich's dann wirklich? Lohnt sich's noch ein Rage rauszupacken? Oder eben nicht? Ich lass jetzt auch den King einfach mal drinnen. Weil ich nicht riskieren möchte, dass halt eben die Truppen... Ja, okay. Zack. Dann muss halt ein Rage rein. Fertig. Klare Sache. Aber ich will halt nicht riskieren, dass mir die Heiler jetzt auf den King gehen. Da hab ich nun gar keinen Bock drauf. Jetzt wird da natürlich ein Heiler geschnetzelt. Schade, aber... Reicht mir das noch? Ich muss mal gucken, wie das läuft. Ob der jetzt hier... Na, Queenchen. Bist du langsam mal dabei? Weil nämlich sonst wirst du langsam down gehen und da haben wir natürlich gar keinen Bock drauf. Müssen jetzt einfach zwei Heiler nochmal sein. Geht nicht anders. Sterbt mir nicht hier. Queen. Alter. Alter, das war... Das war... Hardcore. Das war wirklich... Nicht mehr schön. Nicht mehr schön? Also jetzt ist die Frage, die... Nee. Kommt, Leute. Wir haben... Wir haben den Loot. Was soll's? Ich meine... Oh, ich hab 26 Pokis verloren. Boah. Egal. So. Ich muss echt überlegen, ob ich mich echt da dran traue. Ob ich wirklich Monster anschreibe mit dem Product... Nicht nicht Product Placement, mit dem Sponsoring. Wenn ich das Zeug hier echt nur trinke. Und dann seht ihr das kurz mal. Zack. Hier. Gesponsert von. Also. Folgende Sache. Ist die... Wie gesagt, Queen geht übel ab. Das wissen wir selber. Das wissen wir schon die ganze Zeit. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie viel. Wir brauchen hier noch sechs Stück. Ök. Sechs Stück Anzahl. Hätte ich gerne. Weil ich damit wirklich dann echt gut hinkomme. So, jetzt... Genau. Jetzt gucken wir uns noch mal hier an den Angriffslog. Hier. Zack. Hier. Guckt mal hier. Ähm. Heiler waren noch 10k, richtig? 80k... 80k... Ja. Das ist Pille-Palle. Das ist alles nicht der... 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 Der Redewert. Klar, ressourcenmäßig hat sich das jetzt nicht gelohnt. Aber 2,5k Dunkles sind wir gut dabei. Weil wir haben ja ein bisschen was vor. So. Hier. Mega nice Aktion. Gucken wir uns auch gleich an. Und das Ding war auch geil. Zumal. Da war es so, dass ich... Das wirklich gar nicht aufs Dunkle abgesehen hab. Äh. Gar nicht... Ja, genau. Nicht aufs Dunkle abgesehen hab. Gucken wir mal rein. Das fand ich ziemlich geil. Also da dachte ich auch einfach, ey komm. So ein Messeflut. Und guckt's euch an. Wie gesagt. Townhall 10. Und wir sind hier... Nicht... Nicht maxed. Maxed kann man nicht sagen. Aber viele Sachen sind schon ausgemaxed. Sagen wir's mal so. Weil die Kanonen sind nicht maxed. Dann haben wir hier... Hier die Kanonen sind auch noch im Bau. Also das ist alles... Jetzt fällt mir gerade ein. Ich hätte theoretisch sogar von anderen... Kleinen Moment. Kleinen Moment. Erzählt mir bitte nicht, dass ich eventuell von der anderen Seite... hätte angreifen können und das besser gelaufen wäre. Doch, das ist der Fall. Ah, das tut mir leid. Das ist mir... Das ist ja schon... Alter, guckt euch mal das an hier. Episches, krasses Zeug. Drei Kessel directly next to each other. So. Also es ist schon ziemlich geil. Und da ist der vierte Kessel. Er hat's auf Tash. Auf jeden Fall. Ähm. Folgende Sache. Fällt mir jetzt aber auch erst auf. Ich hab's vorher nicht gesehen. Ich hab einfach nur gesehen, boah krass, äh, fast 600k Gold. Äh, da muss man zwei Goldlager auf jeden Fall snacken. Und bin dann halt von oben rein. Jetzt seh ich aber hier, äh, die waren beide im Ausbau. Und ihr wisst ja selber, wir sind im Bereich... Ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich wäre sonst nämlich von unten gekommen. Aber ich hab den Luftfeger gesehen. Und dachte mir, haha, Luftfeger schiebt mir die Heiler weg. Deswegen hatte ich da keinen Bock drauf. Weil ansonsten wäre das schon echt eine coole Nummer gewesen. So, also. Auf jeden Fall, ähm, lassen wir uns das nochmal einfach durchgehen. Hier, hier, auch richtig cool. Die sind nicht... Ja doch, beim ersten Mal sind sie, glaube ich, nicht komplett durchgekommen. Und hier, hier, weil ich liebe das. Ich liebe das. Sorry, ich hab dir da so übelst viel zu erzählen. Ähm, habt ihr das auch mal gemerkt? Ich hab den ja jetzt auf zwei, den... Blödsinn, ich hab den schon auf drei. Stimmt, ich hab den auf einem anderen Account auf zwei. So, also, auf drei. Und wenn ihr das wirklich merkt, ihr haut den Giftzauber raus, wie krass wirklich die Gegner verlangsamt werden. Das ist echt übel. Also, wenn man sagt, ah, naja, Giftzauber, soll ich den wirklich hoch machen? Oder lass ich's doch lieber bleiben? Also, auf jeden Fall. Also, ich bin wirklich der Meinung, Giftzauber bringt's halt mega. Besonders dann im Bereich CV. Klar, brauchen wir da nicht drüber reden. So. Hm. Klar, logisch. Luftabwehr erstmal gekillt. Und ich glaub, dann ist er sogar noch an den Minenwerfer gegangen. Genau. Und hier, guck mal. Das ist einfach mal ein X-Bow 4. Da kommt der zweite X-Bow 4. Und die Queen sagt, ich bin hier. Also, da läuft gar nichts. Das ist total easy. Jetzt natürlich logischerweise wieder Lieblingsbeschäftigung der Queen. Das, äh, die CB. Ganz klar. Guckt mal. Die Bogietürme gehen beide ab. Die beiden X-Bows. Das ist so fett. Und sie hält's einfach durch. Also, da nochmal fetten Respekt, dass die Queen da so gut getackelt hat. Und jetzt halt wirklich im Rage halt, im normalen Rage, äh, richtig geil. Und dann ging sie, glaub ich, genau, auf den Bogenturm. Und dann hier in dem Fall. Und dann hab ich, äh, dann noch, genau, genau. Ah, kleinen Moment, kleinen Moment. Ich, ich mich, oh. Ich, ich freu mich echt wie so ein kleines Kind. Sorry, sorry for that. Ähm, so, warum hab ich mir den, äh, den richtigen Rage aufgehoben? Weil, also klar, wenn ich einen ganz normalen Rage-Spell droppe, ist die natürlich geraged, aber nicht unsichtbar. So, somit kann natürlich beim normalen Rage halt, äh, der, äh, Inferno trotzdem raufsplashen. Und dann bin ich halt irgendwann hin. So, und dann hast du ja aber noch deine normale Ability. Und die kann natürlich den Inferno mal so richtig von hinten schubsen. Ganz klar gesagt. So, und das finde ich natürlich richtig geil. Und das seht ihr jetzt gleich. So, jetzt hab ich halt gesehen, äh, ja, okay. So, normaler Rage. Und dann, zack, zack. Jetzt Vorteil, Multi geht natürlich gleich auf die anderen Sachen. Und dann hält er halt was länger. Hätte, hätte, wäre der sogar noch im Bereich gewesen, der Queen. Hätte die Queen ihn eventuell sogar noch ausgeschaltet, aber gut, okay. Ihr kennt es selber. Hätte, hätte, Fahrradkette. Läuft halt. So, auf jeden Fall war es ganz anständiger Loot. Fand ich vollkommen in Ordnung. War jetzt auch nicht wild, dass ich da das Dunkle nicht bekommen habe. So, jetzt gucken wir. Ich brauch Verstärkung, kriegen wir hin. Ähm, ja, und dann muss ich natürlich, logischerweise, muss ich auch einfach mal sagen, ähm, die, äh, da kann natürlich nicht jeder was dafür. Aber, sowas geht natürlich nicht. Wir haben den Vorbereitungstag. Achso, ach, schade. Sonst sehe ich es jetzt gar nicht. Aber doch, scheint wohl wirklich. Es wurde alles gefüllt. Vielen Dank an den Befüller und auch mit guten Sachen. Okay, jetzt gucke ich mal, was ich drin habe. Ja, vollkommen in Ordnung. Alles cool. Dann wurde es gemacht, weil wie gesagt, es kann einfach irgendwo nicht sein, irgendwie neun Stunden vor Start des CBs, noch gar nichts. Noch keine einzige CB gefüllt. Und ganz ehrlich, wenn ich im CW mit dabei bin und ganz unten bin, dann brauche ich halt mit meinen Troops nicht anfangen, oh, hier kommen, ich gebe euch mal was. Also, ich habe es beim letzten CW dann gemacht, habe ich dann halt in Anführungsstrichen die Vierer-Drachen rausgehauen einfach, weil ich mir gesagt habe, kommt, äh, sonst wird das hier gar nichts. Aber ist natürlich mega geil, dass man schöne Max-Troops bekommen hat. So, kleinen Moment. Vielen Dank für die CW-CB-Füllungen. Das klappt sehr gut, weil wie gesagt, das war echt richtig, richtig Fail. Also, da dachte ich echt, Alter, kommt, Leute, das geht gar nicht. Deswegen haben wir jetzt auch erst nur, äh, 10 gegen 10, weil wir halt wirklich gesagt haben, ey, back to the roots, erst mal ganz chillig. Oh, kleinen Moment, der Moritz ruft an. Kleiner Moment. Keine Kraftausdrücke, keine Kraftausdrücke, ich bin in der Aufnahme. Okay, das nimmst du gerade auf. Also, ich lasse es dich sehen, kleinen Moment. Denkst du wirklich, ich spiele Robocraft ohne dich? Nee, gar nicht, aber hier, kleiner Tipp, ohne Spaß, Leute, ihr könnt es ja auch gut so nochmal schnell in die Kommentare schreiben. Ich würde dir empfehlen, einen neuen Account zu machen. Äh, glaub mir, wirklich, ich bin halt wirklich so ein, also es geht darum, nur nochmal kurz an die anderen alle. Also, Robocraft, mega geiles Game. Ich hab diese Jags schon total addicted gemacht, also süchtig. Und, ähm, weil es ist halt einfach total geil. Und, wie gesagt, es ist for free, keine Sorge. So, und, äh, es hat halt damit angefangen, äh, ich wollte ein Product Placement dazu machen, hab einfach zu wenig Abonnenten. Und, sonst hätte ich das, hätte ich dafür Geld noch bekommen. So, hab ich aber gesagt, ey, ich find das Game aber so geil. Und daran seht ihr auch wieder. Es ist halt nicht einfach nur so, oh ja, der Gusur will damit halt Geld machen. Sondern, ich hab halt gesagt, ey, das ist einfach so geil. Darüber machst du auf jeden Fall was. Fertig, aus. Und, es ist einfach mega geil. Und jetzt hat diese Jags eben gesagt, ey, du, ich hab ja auch so ein Promocode. Und, äh, ja, da ist das aber schnell sehr, sehr langweilig, weil du halt alles dir freischalten kannst. Und dann kam ich halt eben und sag, guck dich bei, guck mich bei GTA an. Ich habe noch meine gesamte Kohle, die ich am Anfang hatte. Weil, ja, mich, mich, fix das nicht so an, dass ich sagen muss, oh, ich muss jetzt die Kohle komplett ausgeben. Aber jetzt genug zu dem erzählt. Du kannst nebenbei noch, wollen wir alle kicken? Okay. Nee, nee, ich meinte auch eher, weil, ähm, also mit diesem Promocode hab ich ja auch, das ist natürlich ganz cool, weil man halt mehr Upgrades und alles hat. Aber meiner Meinung nach, also ich hab jetzt halt einmal diesen Seax YouTube-Account und einmal die Seax halt noch als Account. Die haben ja irgendwie den Namen auch gegeben, keine Ahnung. Genau, nee, nee, es ist normal. Wenn du halt sagst, hey, der und der, dann schreiben die dich mit dem und dem Namen an, genau. Ja, auf jeden Fall. Weil, ähm, es ist halt nur einfach so, dass du halt, auch wenn du spielst und so, du bist schon Max, du bist ja schon Level 100, das heißt, du steigst kein Level mehr auf, du schaltest nichts mehr frei. Und, ähm. Ah, okay, das hab ich so nicht mit, also du hattest ja gesagt, ich bin Level 1 und ich war Level 100, das stimmt. Aber ich hab dadurch jetzt nicht irgendwie gesehen, dass mein Auto besser war oder so. Nee, nee, du musst dir das halt auch von dem Geld noch erst kaufen im Shop, aber du hast halt jetzt rein realistisch schon alles. Also du kannst nichts mehr erspielen. Du bist sozusagen so, als hättest du das Spiel 100 Jahre lang gesuchtet und wärst halt jetzt Level 100, alles Max und... So, äh, ja, jetzt können wir wieder weitermachen, weil ich hab nämlich zwischenzeitlich den Account geswitcht und das, äh, sollt ihr halt nicht sehen. So, ähm, ja, jetzt, äh, diese Jax, erzähl noch weiter. Also wie gesagt, du kannst mich gerne noch ein bisschen mit Robocop voll blabern, weil ich, äh, wir suchten's heute auf jeden Fall noch. Nächste Sache, wie gesagt, ihr könnt euch das for free einfach runterladen. Ihr braucht doch nicht irgendeinen Code von uns oder sowas eingeben. Ganz easy, einfach, äh, Robocop Download, Google, ihr... Robocop, Robocraft. Robocop. Robocraft. Ähm, und, äh, dann, wie gesagt, wenn wir da so ein bisschen Firmen drin sind, könnt ihr das auch mit uns zusammenspielen und es kann auch sein, dass wir das mal im Stream bringen werden. Also bin ich ganz offen für alles eigentlich. Ne, wobei ich echt sagen muss, dass das Spiel echt eigentlich mega viel Spaß ist. Ich hab jetzt so ein bisschen gespielt, hab schon so ein paar Upgrades. Bin halt jetzt gerade mal mehr oder weniger Level 15, ja. Aber ist ja, das sind ja schon 14 Level höher. Ja, ja, genau. Deshalb, man muss einfach sagen, dass man halt dadurch immer dann, man möchte halt dann aufs nächste Level spielen. Und ich hab dann halt, als ich das Level 100 war, hab ich mir halt direkt so ein full, maxed out, Ultra-OP-Bot gebaut. Ja, das war, das, ne, aber das ist, wie gesagt, das ist halt dein, da, versteh ich vollkommen. Ich weiß vollkommen, was du meinst. Aber wie gesagt, das ist das, was bei mir nie passieren wird. Ja, ja, das Problem, ja, ja, genau. Aber das Problem ist halt nur, dass du halt, ja, nie sozusagen, du hast ja trotzdem schon alles unlockt. Das heißt, du wirst entweder immer auf Null bleiben oder du musst halt früher oder später auch mal bessere Sachen getern. Ja, klar, logisch. Das macht Sinn. Klar. Genau. Aber... Finde ich es da irgendwie besser, wenn man halt wirklich einen Account hat, der halt wirklich einfach, wo man halt einfach levelt. Ja, ja, ne, ich versteh, ich versteh schon, was du meinst. Klar. Aber wie gesagt, das, da chill ich halt ganz easy drum. Und dann greifen wir hier einfach mal eine schöne Base an. Und, ne, das weiß ich, was du meinst. Aber wie gesagt, das ist bei mir nicht das Thema. Ich find das gar nicht wild. Und alter Übelfett. Alter, die nächste Riesenbombe da direkt ins Gesicht. Und darüber hinaus. So, jetzt hau ich hier nochmal ein Spell rein. Und, ne, also, ähm, macht halt einfach mega, mega Gaudi. Und jetzt hab ich's falsch rumgesetzt. Jetzt hab ich zuerst die Bogen vorgesetzt und dann die Barbaren. Na gut. Aber die Barbaren sind auch um einiges langsamer als die Bogen. Könnte das sein? Oder bin ich da falsch? Das sah mir jetzt echt so aus. Aber gut. Ja, auch wegen, ähm... Erzähl. Agario Bots, bla, 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 gell? Ja. Ähm, die Seite wurde ja jetzt irgendwie fertiggestellt. Keine Ahnung. Und ich kann ja auch mal fragen, ob du 3 Bots scatern kannst. Äh, wie gesagt, ich bin, ich bin da ja echt... Wie soll ich sagen? Also, ich bin da ja nicht so der Freund von. Weil ich, ähm, mich hat das echt nicht so wirklich angezeigt, als ich gesehen hab, äh, als ich auf dem einen Server war, dass ich gesehen hab, die sind ja alle wirklich gespawnt und dann irgendwo hin. Ja, zu dem Typ halt. Ja, klar, schon zu dem Typ. Aber ich meine, das ist irgendwo, ja, ah, das ist irgendwo cheaten. Finde ich. Ist meine Persönlichkeit. Das kann jeder selber sehen, ganz klar. Ich sag da nicht, äh, du Cheater. Aber weißt du, was ich meine? Ähm... Ja, klar, jedem das seine. Genau, genau. Wer halt nicht spielen kann, der soll halt ein bisschen cheaten. Nee, also... Wenn du so groß wirst, der ist halt einfach so eine Art Start-Hilfe. Du kommst mit den Bots auch nicht höher als, keine Ahnung. Okay. Ja, vielleicht. Also, man kommt auch nicht irgendwann, weil man verliert ja auch Masse. Ja, klar. Man verlierst ja auch Masse und irgendwann verlierst halt so schnell Masse, wie du halt bekommst. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht die Bots heißt im Endeffekt. So, zack. Ähm... Jetzt geht's nämlich darum, Mario sagt nämlich, äh, eventuell den Clan nochmal, äh, alle kicken. Und, äh, weil das halt echt im MCW halt... Mh... Nee, noch nicht. Aber mal schauen, wie es weiter läuft. So, äh... Weil es ging halt darum, wirklich die CW-Bases wurden... Äh, die CW-CBs wurden nicht gefüllt und so weiter und so fort. Und da sitzt du echt da und denkst dir auch, ey, naja, toll. Ich meine, wir haben den letzten noch gewonnen. Und zwar sogar gut. Ich guck da mal kurz rein. Genau, das können wir uns jetzt auch mal geben. Äh, wird wieder mal eine etwas längere Folge. Sorry. Aber ich glaube, das mögt ihr. Ja, aber wenn es so weiter geht, ist Kacke. Ja. Das stimmt allerdings. Und da ist das so. So, jetzt gucken wir mal kurz in den Kriegslog. Hier, guck mal hier. Äh, 21 zu 16. Also, das war schon weit von... Oh, gerade so knapp, äh, entfernt. Gucken wir mal rein, was hier so ging. Kriegsereignisse. Na, what, alter, what? Äh, ja. Hier, guck mal hier. Die letzten waren noch drin, ne? Dann muss das sozusagen alles andere noch vorm Update gewesen sein. Und danach kam Update und dann sind die Wiederholungen wieder weg. Du, äh, hättest du ganz kurz was dagegen, wenn ich ganz kurz weg bin? Alles cool, hau rein. Ich muss ganz kurz weg. Nein, 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 cool. Dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß noch beim Aufnehmen. Euch noch viel Spaß beim Video. Und Daumen hoch nicht vergessen. Ciao, ciao. So, dann können wir den kleinen Deezerjax wieder rauskicken. Alles cool. Passt. So, und... Ja, schade. Die sind jetzt auch nicht wirklich doll. Die sind eher... Hm? Nee, schade. Ah, ärgerlich. Aber gucken wir mal hier kurz rein. Zweimal unbenutzt. Ja, okay. Auch nicht schön, aber... Hier wenigstens ein schöner 3-Star gewesen. Cooles Ding. Aber wie gesagt, es ist halt echt mega ärgerlich, wenn du denn da sitzt und dann... Das ist Mist, sowas. Auf jeden Fall. So. Ich würde gerne wieder aktiv in den CW reinschauen. Heute Abend. Ich gucke mal gerade meinen Gegner an, dass ich eventuell schon Truppen ausbilden könnte. Monte Cristo. Ja, der hat aber die Luftabwehr so weit drinnen. Also sonst hätte ich einfach wieder mit Drachen angegriffen. Aber, äh... Und fertig. Also... Kann ich mit Leben, echt? Dafür kann ich den Queen Walk. So. Wer bis heute Abend nichts in den Chat schreibt, wird geklickt. Okay. Finde ich zwar ist ein bisschen hart. Hart. Aber, wenn ihr meint... Und da seht ihr es halt eben auch wieder. Ähm... Das ist, wie gesagt, nicht mein Clan. Also, klar, ich bin auch oft Anführer und sowas. Aber es ist halt wirklich so, ich halte mich hier drin auf. Der wurde auch durch mich und Lichtle gegründet. Ja, okay. Aber es ist halt nicht so... So nach dem Motto... Oh, hier, ich wurde nicht angenommen. Mach doch mal was. Nee, ich bin nur mit Schwimmer. So. Das war's dazu. Jetzt wurde eine Menge gequatscht. Jetzt wurde echt eine Menge gequatscht. Ich glaube, ich habe aber hier auch noch einen ziemlich geilen Raid gehabt. Ah, der war schon ziemlich sportlich. Der war schon ziemlich sportlich. Aber, ja, ganz ehrlich. Bartsch. Kommt. Wollen wir uns echt nicht geben. Wollen wir uns echt nicht geben. Äh... Hä, kennst du? Hahaha. Hä, hä, hä. Das sagt der Richtige. Hä, hä. So. Ähm, gut. Das soll's für jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kann ich noch was upgraden? Ich wollte... Genau, stimmt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was upgraden. Aber... Mir fehlt dafür noch ein bisschen was gold. Ich könnte auch noch ein bisschen was suchten. Aber das sehen wir später. Ich hau euch jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch was. Und ihr haut rein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.